Hallo, herzlich willkommen im Solavana Garten, dieses Mal Katastrophengarten. Alles ist von dem Unwetter total verwüstet. Schaut mal, meine tolle Sonnenblume, ich weiß gar nicht, was ich jetzt mit der machen soll. Oh Gott, ich kriege sie ja gar nicht mal hoch. Ich muss mir dringend Hilfe holen, damit mir das alles hier wieder irgendwie auf die Beine bringt. Ich bin so traurig, das hält überhaupt kein Mensch aus. Ich bin so traurig, das ist sehr nett, wie ich jetzt mit der Arbeit kann. Ich bin so traurig, das ist irgendwie mit der Arbeit. Ich weiß nicht, dass alles immer in der Arbeit kann. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020